hier ist wieder der testmittel von youtube das ist bestimmt schon mal jeden von euch passiert ihr geht morgens sorgenfrei zur arbeit und auf einmal werdet ihr von einem dinosaurier angegriffen welches produkt ihr dann unbedingt dabei haben solltest das zeige ich euch jetzt mal und die archie macp dinosaurier notfallunterhose gibt es für schlanke 4 euro 5 plus versandkosten bei amazon zu bestellen den link zu dem produkt findet ihr im textfeld unter dem video draufklicken kommt direkt auf amazon hin und jetzt stelle ich euch diese jahrtausenderfindung mal vor ja und hier haben wir jetzt die archie macp unterhose so schaut die verpackung aus ist ja mehr so eine kleine blechdose finde ich also sehr cool emergency underpants und hier auf der rückseite sieht man auch noch so ein bisschen schriftzug und hier oben kann man diese aufklappen und dann sieht man hier schon die hose und ist sehr schön verarbeitet wie man hier sieht also gefällt mir schon sehr gut keine scharfen kanten oder sowas ohne da werde ich die gleich mal auspacken ja wollen wir mal die unterhose rausholen die hier drin steckt so geht sie schon mal nicht raus mit den fingern geht sie auch schlecht raus vielleicht schaffe ich doch noch ja gerade so am besten holt man sich jetzt kann man die hier so rausziehen was sind da noch drin wenn man plastik mäßig ist ja sieht aus wie eine große großer tampon irgendwie elefanten tampon oder sowas ohne jetzt kann man die hier so auf schnackelen sind duschschraube ja ach du gott jetzt hat man hier so eine geile unterhose hauchdünn die hält bestimmt alles ja auch drin jetzt habt ihr hier so eine unterhose zeigt man gerade hat material das ist mehr so papier würde ich mal behaupten ohne ja die könnte dann anziehen wenn ihr mal irgendwie einen feuchten pups hatte ideal wenn er halt auf einer wanderschaft zeit irgendwo ich wieder besoffen habt und alles drin halten könnt ohne da kommt die mac p unterhose wirklich richtig gut so ja mal den geilen schlüpfer und den ziehe ich jetzt mal an so schaut er dann nachher aus das richtige frauenmagnet dann ja jetzt habt ihr die notfallunterhose auch mal gesehen wie gesagt ist halt ein spaßprodukt scherzartikel aber kann auch ganz nützlich sein deswegen wer interesse daran hat link dazu textfeld video draufklicken kommt er direkt auf die notfallunterhose da drauf hin das war wieder das video von youtube ihr könnt mich gerne abonnieren verpasst kein weiteres video dann sage ich mal bis zum nächsten mal